Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Freundschaftsspiel gegen Ajax Amsterdam. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Peter Packholt und die Fragerunde ist eröffnet. Ja, der erste Test würde ich nicht so nennen, aber er ist natürlich ein sehr renommierter Gegner, gegen den wir morgen da antreten. Den Ajax Amsterdam braucht man nicht großartig vorstellen. Aber es ist natürlich schon ein Spiel, das wir natürlich schon ernst nehmen, wo wir schauen wollen, wie weit sind wir in der Vorbereitung. Was müssen wir noch tun für die Zukunft und damit kommt der Test ganz, ganz gut. Es hat ja nichts mit Geheimliches zu tun, es hat einfach mit denen zu tun, wenn über die Nacht einer krank wird. Ich bin halt in den Tänzen vorsichtig, weil es ist schon alles passiert, dass am nächsten Tag einer gekommen ist. Nicht spielen können, ist auch für den anderen vielleicht nicht gerade das Angenehmste, wenn er erfährt aus der Zeitung, dass er vielleicht nicht spielt. Von Anfang an, weil jeder bereitet sich ja vor und hofft sich, dass er zum Einsatz kommt. Aber wie gesagt, wir werden schon eine Mannschaft, vor allem am Anfang eine Mannschaft aufs Feld schicken, mit dem Großteil, wo man sagt, die könnten auch in der Meisterschaft eine gewisse Rolle spielen. Nein, weil in einer Weise will man ja eine gute Vorbereitung machen, damit man weiß, man kann relativ sorglos in die Vorbereitung gehen. Andererseits täuschen natürlich dann solche Ergebnisse, weil man weiß ja ganz genau, dass in dieser Phase von einer Vorbereitung vor allem englische Mannschaften bei weitem nicht diesen Standard haben, was sie dann in der Meisterschaft haben, also ich habe das auch mit Rapid zweimal gegen Aston Villa miterlebt, wo die zu der Qualifikation zu der Europäischen Liga, wo man gemerkt hat, sie sind einfach nicht auf diesem schon Höhepunkt, weil die ja ganz einen anderen Rhythmus haben. Aber nichtsdestotrotz sind solche Spiele auch wichtig, um Erkenntnisse zu ziehen und in einer Weise freut man sich natürlich, wenn man gute Ergebnisse macht, aber es drückt dann auch vielleicht die Leistung, dass man sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen anders denken in der Meisterschaft. Ich sage immer wieder, Freundschaftsspiel, egal gegen wen du das magst, wird ein Freundschaftsspiel oder Testspiel bleiben. Und wenn es dann aber um Punkte geht, kommen ganz andere Komponenten wieder dazu, aber trotzdem sind solche Tests auch wichtig. Christian hat mit dem ja schon in der letzten Saison sehr, sehr gut gearbeitet, hat er sehr, sehr gut mitgezogen. Das ist jetzt Gott sei Dank das Produkt, dass er seit dem Trainingsauftakt eigentlich auch voll im Mannschaftstraining ist. Aber natürlich merkt man ihm, dass ihm noch ein bisschen was fehlt und das kriegt er aber nur über Training und über Spiele, gar keine Frage. Aber man muss ja natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht gleich einen voll verheizt, sondern da muss man schon auch eher mit einbeziehen. Wichtig ist, dass er sich traut, dass er dabei ist und dass er versucht, alles zu machen. Aber natürlich fehlt noch ein bisschen was. Man muss ja in erster Linie ein bisschen, man muss ja auch, man muss ja aushalten. Man muss ja als Verein oder als Trainer und als Sportdirektor, muss man sich auch auf gewisse Situationen einstellen. Das war ja, ist ja, wir spielen ja immer so. Vögel nochmal da oben, die was noch sagen, hoppala, es könnte ja noch was passieren. Und da muss natürlich auch vorbereitet drauf sein. Und wir haben natürlich auch, wenn man es jetzt vom Spielertyp her vergleicht, einen Ersatz für den Pavel Ford gesucht, in dem Sinn, dass wir einen großen, kopfballstarken Spieler, Stürmertyp suchen, der was im Strafraum auch eben seine Gefährlichkeit hat. Und das ist dieser Spiel, alles Nähere, alles Weitere werden wir dann sehen, wenn er da ist. Spielerisch, also wir haben in diesen zwei Wochen jetzt, glaube ich, im Läufer im Bereich sehr, sehr gut gearbeitet, Mannschaft, die Jungs haben da sehr, sehr gut mitgezogen. Dass es nicht immer erfreulich ist, das weiß ich auch, das kennt man sehr, eigene Erfahrung. Aber nächste Woche und dann vor allem dann die übernächste Woche werden wir natürlich schon im spielerischen Bereich arbeiten. Aber nichtsdestotrotz auch dementsprechend auch versuchen, den Tempel einzubauen. Und das werden wir alles nächste Woche, dann auch Paar-Spiel und Spielaufbau und so weiter, werden wir halt natürlich versuchen, nächste Woche mit in das Trainingsdienst mit einzubeziehen. Man muss natürlich auch die Testspiele abwarten, inwieweit, dass wir da unsere Leistung bringen können, wo man vielleicht dann vielleicht noch was korrigieren muss. Aber wie nächste Woche wird sehr, sehr viel ballmäßig unterwegs sein. Dann von mir noch zwei, drei Informationen zum Spiel. 16 Uhr ist Anstoß, um 14 Uhr eröffnen die Stadiontore, um 14.30 Uhr der VIP-Raum. Es wird in allen Kassenbereichen Tageskassen geben. Es sind noch genügend Tickets da. Im Moment sind es 19.000, die im Vorverkauf verkauft wurden. Schiedsrichter wird Felix Zweier sein aus Berlin, 32 Jahre alt. Und auch der Dynamo-Kreisel geht in eine neue Saison mit Dixie Donner auf dem Cover. Bis morgen. Tschüss. Schreiner bei uns. Schreiner bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020